What the Plug, die neue Videoreihe von Stage 223. In diesem Video beschäftigen wir uns mit allen gängigen Steckern im analogen Audiobereich. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Wir starten mit einer neuen Videoserie, die heißt What the Plug. Und in dieser Videoserie geht es so ein bisschen darum, welche gängigen Steckerarten es gibt. Und in diesem Video schauen wir uns mal so ein bisschen an, welche Steckverbindungen es im analogen Audiobereich gibt. Wenn du keinen Teil verpassen möchtest, dann abonniere gerne schon mal unseren Kanal und klicke unten auf die Glocke, damit du kein Video mehr von uns verpasst. Fangen wir an mit dem wohl bekanntesten Stecker. Jeder von euch sollte ihn auf Produktion schon mal in der Hand gehabt haben. Es geht um XLR. XLR ist mittlerweile Industriestandard geworden und er wird dazu genutzt, um Übertragung von analogen Mikrofonen und Lautsprechersignalen zu realisieren. Aber neben den analogen kann das auch digital erfolgen, wenn man digitales AIS-EWU-Audio hat oder halt auch zum DMX-Steuersignalen. Wer jetzt beim Technica Talk am FOH mit ein bisschen Fun Fact glänzen will, dem sei gesagt, der XLR-Stecker wurde früher auch Cannon-Stecker genannt, der vom gleichnamigen Gründer James Cannon kam, der mit seiner Firma Cannon Electric Company diesen Stecker entwickelt hat. Schaut man sich den XLR-Stecker an, sieht er eigentlich immer gleich aus. Das liegt daran, dass die Bauform genormt ist und somit alle Hersteller untereinander kompatibel sind. Es gibt natürlich mehrere Hersteller, die XLR-Steckverbindungen herstellen. Einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Neutrik, den ihr am besten wahrscheinlich kennt. Und es gibt auch für Tontechniker dreipolige Steckverbindungen in der Regel, aber es gibt auch XLR-Stecker mit bis zu sieben Polen. Der große Vorteil von diesem Stecker ist, dass er durch die Verriegelung nicht ungewollt rausrutschen kann und womöglich zu größeren Problemen bei zum Beispiel Soundanlagen führen kann. Die Kontaktbelegung beim XLR-Stecker ist durch die Audio Engineer Society, kurz AIS, geregelt und ist somit auch festgenormt. Eine Übersicht hierzu findest du auch nochmal im Beitrag auf stage2.3.com. Diesen haben wir dir oben rechts oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Weiter geht's mit der klassischen Klinke. Ich denke jeder Musiker unter euch wird 6,3 Klinke irgendwo rumliegen haben. Ist sehr bekannt in der Audio-Technik und auch weit verbreitet. Wird zum Beispiel genutzt, um E-Gitarren oder Effektgeräte untereinander zu verbinden. Diesen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Gängig ist die kleine Klinke mit 3,5 mm, wie man sie halt als Standardverbindung von Kopfhöreranschlüssen kennt. Und die große Klinke mit 6,35. Diese wird wie gesagt bei Instrumenten, zum Beispiel E-Gitarren oder auch bei Effektgeräten zum Anschluss am Mischpult verwendet. Den Klinkenstecker gibt es in unterschiedlichen Varianten. Grundsätzlich ist ein Klinkenstecker so aufgebaut, dass man vorne die Spitze hat und den Schaft, im Englischen Tip und Sleeve genannt. Und wenn mehr Kontaktpulle benötigt werden, werden sogenannte Ringe eingefügt. Das schauen wir uns aber jetzt mal genauer an. Hier habe ich dir mal die drei gängigsten Klinkenarten aufgeführt. Wir haben hier ganz links einmal die einfachste Variante aus Spitze und Schaft. Wie auch im Englischen das Ganze dann Tip und Sleeve genannt. Und deswegen kommt hier auch die Zusatzbezeichnung TS zum Einsatz. Und diese Klinkenvariante eignet sich für die asymmetrische Monosignalübertragung und wird da eingesetzt. Schauen wir uns die nächste Variante an. Das ist hier TRS. Die ist für symmetrische Einkanalübertragung. Oder wenn ich ein Stereosignal benötige, dann braucht man natürlich einen weiteren Pol. Und hier wird dann ein sogenannter Ring eingefügt, der dann hier auch in der Mitte abgebildet ist. Und somit kann man entsprechend dann das Stereosignal oder eine symmetrische Übertragung realisieren. Und die Zusatzbezeichnung hier TRS ist ja auch hier wie man sieht aus Tip, Ring und Sleeve und so setzt sich diese dann auch zusammen. Die TRS Klinke kann auch noch im anderen Anwendungsgebiet angewendet werden für die Verkabelung von Effektgeräten und Mischpulten. Durch den zusätzlichen Kontakt ist es nämlich möglich, dass nur ein Kabel für Hin- und Rückweg genutzt wird und man somit natürlich auch ein bisschen Kabel spart. Kommen wir ganz rechts zu der TRS Klinke. Diese wird meistens genutzt, um einen Zusatzkanal zu realisieren. Beispiele hierfür wären zum Beispiel ein Headset. Das Mikrofon wird dann als Rückweg über den zusätzlichen Pol zurückgeführt. Kombiniert man XLR und Klinke hat man eine Kombibuchse. Das ist zwar keine neue Art der Steckvermündung, aber der Vollständigkeit halber möchte ich das an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Diese Buchse kommt zum Einsatz bei Geräten wie zum Beispiel im DJ-Controller, wo ich wenig Platz im Gerät habe und nicht Platz habe, um zwei Buchsen ans Interface anzuschließen. Also hat man hier ein bisschen Platz gespart. Man hat zum einen den XLR-Stecker, aber auch den 6,35mm Klinkenstecker bzw. Eingang. Und hier wird meistens eine TRS Klinke verwendet, also Tip, Ring und Sleeve, wie wir es ja gerade auch schon gehört haben, um halt auch wie beim XLR eine symmetrische Übertragung umsetzen zu können. Der nächste Steckertyp sollte eigentlich allen von euch auch bekannt sein. Es geht um den Chin-Stecker, der oft im HiFi-Bereich oder auch natürlich im DJ-Bereich verwendet wird. Im Englischen wird dieser als RCA bezeichnet. Früher wurde dieser zur Verkabelung zwischen Verstärker und Plattenspieler benutzt. Seltener gab es dazu auch die Bezeichnung des Phono-Verbinders. In der Audio-Technik werden die Chin-Stecker für Niederfrequenzsignale genutzt und wie schon bereits erwähnt, für die klassische Verbindung zwischen Plattenspieler und Mischpulten oder auch beim moderneren DJs die Verkabelung von Medienplayern hat man meistens dann Chinch auf 3,5mm Klinke, sei es über CD oder auch Pfeil-basiert. Die Steckverbindung hier beim Chinch ist immer zweipolig, was zu einer asymmetrischen Übertragung führt. Wenn man einen weiteren Kanal braucht, braucht man für diesen auch eine separate Leitung. Um die Kanäle unterscheiden zu können, hat sich hier eine Farbcodierung festgelegt. Im Audio-Bereich steht hier Rot für den rechten Kanal, Weiß oder Schwarz für den linken Kanal. Zusätzlich dazu kann es in der Videotechnik auch mal vorkommen, dass dann auch ein gelber Stecker dabei ist. Dieser dient zur Übertragung von analogen Videosignalen. Für professionelle Zwecke ist die Art der Steckverbindung eher ungeeignet, da sich dieser Stecker nicht verriegeln lässt und bei Lockerungen der Steckverbindung es zu Wackelkontakten oder auch zum Brummen führen kann, was natürlich dann in diesem professionellen Umfang nicht zielführend ist. Weiter geht's mit dem Speakon Stecker. Dieser hat sich weltweit in der Lautsprecherverkabelung etabliert und wird von der Lichtensteiner Firma Neutrik entwickelt. Vergleicht man jetzt den Speakon Stecker mit dem XLR, hat der Speakon Stecker einige Vorteile. Zum einen besitzt er größere Kontaktflächen und einen Berührungsschutz der Kontakte, sodass da eine einwandfreie Übertragung möglich ist. Somit kann über diese Steckverbindung auch eine höhere Leistung geführt werden, wie es zum Beispiel bei großen PA-Aufbauten der Fall ist. Den Speakon Stecker gibt es in der 2-, 4- und 8-poligen Variante, was ein weiterer Vorteil ist. Durch die hohen Anzahl der Kontakte wäre es möglich, zum Beispiel ein Satelliten- und Subwoofer-System über eine Leitung vom Verstärker aus zu versorgen. Im Markt existieren einige Nachbauten des Speakon, das Original und auch der Name kommt aber jedoch ausschließlich von der Firma Neutrik. Kommen wir ganz zum Schluss noch zu den Multisteckern. In Zeiten der digitalen Audio-Ubertragung wird es ja immer seltener, dass das für die zwischen Bühne und FOH verwendet wird. Aber was noch sehr beliebt ist, die letzte Meile zwischen der digitalen Stagebox und zum Beispiel einem DrumRiser wird gerne mit sogenannten Multisteckern realisiert, wie man es zum Beispiel vom Multicore oder so kennt. Und diese Multistecker fassen ganz viele Leitungen zusammen. So muss nur ein Kabel gekoppelt werden und gerade beim schnellen Changeover ist das wirklich sehr komfortabel. Und das wesentliche versehentliche Verstecken bei so einer Steckverbindung ist damit natürlich ausgeschlossen. Hier abgebildet seht ihr einen Multistecker von HICON inklusive einer Anschlusspeitsche. Je nach Ausführung gibt es dann diverse Anschlusstypen wie zum Beispiel Klinke oder XLR. Neben der Anschlusspeitsche, also der Ausbildung der Kabel, kann das Breakout auch über die Box passieren. Das ist zum Beispiel bei einem dem wir sagten Reiser sinnvoll. Hier werden die Mikrofone vom Schlagzeug beim Aufbau fertig verkabelt und gepatcht. Beim Umbau muss dann nur noch das Multicore mit einer Steckverbindung angeschlossen werden und somit ist man dann direkt startklar und braucht dann nicht groß überlegen, welche Kabel jetzt wo reinkommen. Und weltweit gibt es keinen Standard hierfür, wie das funktioniert. Einige Veranstaltungsbetriebe haben hier auch ihre eigene Lösung entwickelt. Habt ihr vielleicht eine eigene Lösung, schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare. Das war die erste Folge WhatThePlug. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr die weitere Teile nicht verpassen wollt, abonniert gerne Stage 223 und klickt unten auf die Glocke unter dem Video. So werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. Gerne kannst du auch weitere Fragen bei uns in der Facebook Stage 223 Community stellen oder auch gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sage ich practice and enjoy.